Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patched and Waddlegay auf dem Privatsor, Rising Gods! Und verdammte Axt, wieso sind wir immer noch in Silbermond? Ja, da oben seht das. Ritter Fürst Heldenblut. Ich Schwachgopp hab vergessen, letzte Folge noch die Paladin-Quest abzugeben. Ja, gehört ja auch nicht direkt zur Instanz. Ich könnte mich jetzt rausreden. Nein, hab ich extra nicht gemacht, aber ich hab ja letzte Folge schon gesagt, dass man die mit abgeben wollte. Ein paar Zeugs hab ich gleich alles von der Bank geholt. Vor ein paar Tagen. Quest beenden. Jawohl, da hast du. Bringt die Kiste mit Rohmaterialien zu. Bemarien in Silbermond. Na klar. Steht ja zum Glück hier um die Ecke. Da oben. Gleich an der heißen Essen. Na, das passt. Da brauchen wir nicht lange warten. Drück ich dir mal das Zeugs in die Hand und dann bau mal. Los. Hopp. Meja Analia Scholler. Kiste mit Rohmaterialien. Rohmaterialien. Bitteschön. Da. Dankeschön. Und ja, da ist ja sogar mein Einer besser, ne? Hätte ich vielleicht früher machen sollen. Jo. Gewehr. Dankeschön. Was gibt's bei dir? Schmiedekunst. Wie sieht denn das Ding aus? Shift, äh, Linksklick. Ja, so wie im Twitter, ne? Also wie im Icon hier. Nice, nice, nice. Verhalten wir. Heldenloots, Notizen können wir damit wegschmeißen. Und ja. Post haben wir noch Haufen. Briefkasten ist mal wieder voll. Aber das machen wir. So wie geplant. Quantensprung hier runter. Nein, nicht ins Hinterland. Nein, immer noch nicht ins Hinterland. Ins Aradiohochland. Hier sehen wir uns gleich wieder. Quantensprung. So, willkommen im, ja, verregneten Hammerfall. Aradiohochland. Und was? Nein. Die Quest wollte ich eigentlich nicht sehen, sondern die hier. Jawohl. So, mal anmachen. Das zeige ich auch gleich. Sind die PvP-Quests von den, ne, nicht entwalten, sondern doch von den entwalten. Und zwar siehst du hier, Aradiohochland. Hier kannst du einmelden, wenn du reinläufst und so weiter. Will ich jetzt aber nicht. Ich will auch die Quest nicht machen. Was ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Talente lang. Geh mal wieder auf Retrie. Denn, damit das auch seht, wir haben Manno Fertigkeiten K. Extra 192 von 210. Brauchen wir nicht weiter das gehen im Moment. Da können wir auch wieder so und so und den buffen. Und, ja, den Rest können wir gleich wieder. Wir müssen ja jetzt sowieso erst mal Quests einnehmen. Und, achso, hier Ruhestein legen. Wäre auch mal eine gute Idee. Ja, du hast gewusst, dass ich hier vorbei. Regner, reinschneue und so weiter. Nicht. Das ist klar. Natürlich. Natürlich. Lokteradiohoch. Zu den Waffen. Zehnachswerfer bringe ich dir. Ach nee, soll ich erschlagen? Gut. Dann gucken wir mal hier rein. Jawohl. Mein Postfach ist voll. Schwarzer Rumserum für 5 Gold. Jawohl. Schwerer. Steilen Kupferring. Heizkette. Heizkette. Anhänger. Tigeraugen. Heizkette. Kette. 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 Kupferring. Kupferringe. Kommen da noch ein paar. Tigeraugen. Band. Heizkette. Ja, ich gucke auch hier wieder ein bisschen durch, dass es auch wirklich mein Zeug ist. Nicht, dass mir hier irgendwer was schickt. Das sind alles. Achso, ich brauche nur vorne drauf gucken. Auktion erfolgreich. Auktion erfolgreich. Jawohl. Dann kann ich schneller drücken. Das ist eine gute Idee. Danke, dass du mir das gesagt hast. Auktion erfolgreich. 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 Dann machen wir mal zu. Oh. Ich habe gleich wieder 1000 G. Jawohl. 180 G eingenommen. Und... Mein Postfach ist immer noch voll. Mhm. Ja, dann... Was ist mit dir? Ja, geht. Alles klar. Laufen wir erstmal hier runter. Gucken. Blut und Donner. Sprecht mit Thorgan im Hammerfall. Wer ist denn das? Wer heißt denn hier Thorgan? Übrigens, hier gibt es die Traumachirurg. Quest dann für Erste Hilfe, ne? Machen wir später. Vertraut niemandem. Ähm, was brauche ich denn da? Erste Hilfe, Fertigkeiten... Wo haben wir Erste Hilfe? Hier 210. Eigentlich nur noch 225. Was haben wir einstecken? Maaah... Reicht nicht. Na, ist auch das falsche. Das ist Kochen. Magiestoff. Maija, man kann nicht alles haben. Dann kommen wir eventuell wieder. Hallo. Aber vielleicht kommt es auch hier schon. Wir brauchen nur Magiestoff. Bringt 10 Hochlandraptorenaugen von Hochlandschaltung. Alles klar. Ja, ja, klar. Bring ich dir vorbei. Elende Magien machen wir auch gleich noch mit. Was, das war schon alles hier? Achso, hier müsste auch noch irgendwo ein Lederverarbeiter drum herum oxidieren. Ja, hier Lederverarbeitungsbedarf. Kann ich auch gleich mal mit zeigen, ne? Der hat dann hier Raptor-Bike-Harnisch das Rezept. Jo, vorwärts, ne? Na, zeigt mir immer noch Post ein. Manu, ich hab doch alles... Ach, ne. Ich hab ja nicht alles rausgenommen, weil Postkasten voll. Wat? Wegen dem einen, oder was? Nö. Doch. Naja, gut. Ja, und mit dem einen haben wir die 1000G schon wieder geknackt. Da oben, seht das, 1003. Jawohl. Dann fehlt ja nicht mehr viel. Und wir können uns dann epic Reiten leisten. So, was haben wir denn hier? Hochland Raptoren. Hier unten sind die Axtwerfer. Ja, genau. Das Zeugs hier auch noch. Hier schalten wir wieder um auf Mineralien-Suche. Und dann reiten wir mal hier runter. Ne, brauchen wir keinen. Ja, kannst du gleich mal ausmachen. Brauchen wir jetzt nicht. Das funktioniert nur mit Tanks gelungen. Brauchst du nicht, wenn du alleine bist? Doch, doch, doch. Bei Tanks gelungen brauchst du... Mineralien-Damage soll ich zeigen. Ist sonder Gerechtigkeit aktiv, wird jeglicher erlittener Schaden um 6% verringert. Und wieso habe ich schon wieder... Achso, weil ich da oben erlernen kann. Jawohl. Nö. Deswegen macht man das ein. So, Axtwerfer. Komm her. Ach Quatsch. Das sind doch Wegrenner, oder? Jawohl. Wieder falsch gerichtet. Mann. Was kannst du denn überhaupt? Du hast doch gerade gesehen, falsch richten. Ja, ne? Na klar, ein Gefühlstück. Gab noch ein Gefühlstück. Da sagst du was. Dann kann ich wieder verkaufen. Ein bisschen was brauche ich noch zur Reserve. Aber die Ringe, die ich da mitgebaut habe, die kriege ich nicht verkauft. Seltsamerweise gehen hier wirklich nur die Anfängerringe. Zack. Schnell, bevor er weg ist. Zack. Genau so. Du rennst nicht weg. Du fällst um. Und... Dich nehmen wir... Auch noch mit. Darf Scammer zahlen. Puh, puh. Was? Das klang noch. Schwere Rüssi, 3 Stärke, 11 Ausdauer und 5 Trefferwertung. Aber ich habe Blätter ein. Ansonsten wäre das richtig geiler. Ja, ja. Lass mal das. Kann ja nicht sein, dass ich hier noch was finde, was ich brauche, nicht? Kannst du da auf die Bank legen zum anderen Stilettens? Ja. Nein. Mach ich nicht. Ja. Irgendwann ist auch mal gut. Bumm. Bumm. Da 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 da. Bumm. Da 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 da. Und noch im Kopf geht hier. Komm her! Zack. Da fällt er um. So schnell kriege ich die Taschen gar nicht zu, wie ich hier laufe und schnetzle. Hier haben wir noch einen Hexendoktor, oder? Jawoll. Da hätten wir mal Voodoo-Maske erkannt. Jetzt ist es tot im Stellen. Das ist mir Wumpe. Drücke ich mal meine Heilung Instant. Damit der Instant genutzt wurde. Und nicht perfekt. Da kommt schon der Nächste. Und bumm. Legt dich wieder hin. Das machst du richtig. Warten wir mal ganz kurz. Jawoll. Siehst du? Eine Kiste. Eine Kiste. Heute läuft es mit den Instants, oder? Zack. Legt dich wieder hin. Wenn ich mal Kontakt gehabt. Drücken wir schon mal den. Und dann den. Und dann den. So geht das. So macht das Spaß. Und wieder gerichtet. Und bumm. Da kriege ich ja sogar mal ein Problem hier. Was ist los? Na? Nicht gegen die Zeltwand. Außerdem hast du eine große Axt dabei. Ne, das ist ja Streitkumpel in dem Falle. Wupp. So, da hinten ist mehr Vollhörnerz auch noch. Aber da ist noch der Axtwerfer davor. Klopfen wir mal zu. Ne, jetzt wird gerichtet, damit ich ein bisschen Mana wieder kriege. Da spare ich mir den instant. Ja, da hinten, da hinten. Ja. Da hinten, da hinten, da hinten. So, ich muss mal kurz da gucken. Und hier gucken. Da. Ja. Lass ablaufen. Du kannst aber auch mal wieder, genau, zuhauen. Was war denn der für ein Tempo? Oder hängt das hier noch? Ein 2,9. Also lächerlich schnell. Dann machst du vielleicht mehr Damage mit dem Tank. Das wird durchaus möglich sein, wenn ich da hinten hinkucke. 360, ne. 300 wird mal klauen mit dem Tank auch. Funk. Hä, das ist jetzt nur durch den instant. Ich glaube, viel schlechter ist der Tank wirklich nicht gewesen. Naja. Die Einheit ist es nicht. Boah, muss ich ins Wasser hopfen? Ja, riecht jetzt draußen schon. Das ist genug Wasser. Hm, nö. Ach komm. Da wurde er instant abgelaufen. Zack. Und. Zack. Also die 8% Mana, die ich hier wieder kriege, sind nichts wahr. Durchs Richten. Der ist ja wirklich immer gleich wieder weg. Das ist ja sogar noch am günstigsten, wenn ich... Brauchen wir die noch? Ja. Wenn ich nur eine kleine Erheilung nehme. Anstatt ein instant. Exorzesmus! Toll, nicht so rum. Ja, das war aus Versehen. Ich bin mitten im Quasten. Einmal heiß gelaufen. Los geht's. Ja. Da ist eingedrehte Schraube. Bleh. Äh, dich brauchen wir noch. Jawohl. Komm mal hier. Jetzt sind wir genug Mana. Hm. Läuft hier unten noch was rum? Hm. Brauchen wir nicht mehr. Kopfgeldjäger. Brauchen wir noch. Was steht hier oben? Eisen will ich nicht. Oder voll Eisen, Eisen. Hier ist auch noch eine schöne Höhle drin. Ich weiß gar nicht, kommt man da hier unten noch raus? Weil hier unten noch so ein bisschen Tal ist. Aber ich glaube, ich bin... Oh, das ist ewig gehalten her, dass ich in der Höhle mal erforschen war. Oh, das dauert hier viel zu lange. Hm. Weißt du was? Ich gehe hier mal rein. Gucke mal durch und halte mal die Zeit an. Und wenn ich hinten was finde, sage ich Bescheid. Bescheid. Ne, komm. Kaputt machen muss das auch noch. Ja, das war klar. Heute bin ich mal nicht zuvor. Zu drücken. Da steht mir gut was rum. Die hatte ich denen gegeben. Wohl du kannst nicht weg. Da können wir auch ticken lassen. Du fällst so um. Mann, Mann, Mann. Aha, da wird das bohren. Das siehst du richtig. Zack, zack. Ne, das machen wir mit Weihe. Schwenken auf den, richten den. Ah, da siehst du, da fällt er schon um. So, da fällt der um. So, ich bin jetzt wieder hier draußen. Und da drin war nicht wesentlich mehr als wirklich nur die Höhle hier rein. Das war's. Also hier geht kein Weg dorthin. Zumindest nicht von hier aus. Ich bin auch nur ein bisschen rechts hoch, ein bisschen links hoch. Und habe dann gesehen, dass die Höhle innen drin abgeschlossen ist. Zugeschlossen? Nein, das meine ich nicht. Da gingen einfach keine Wege weiter raus. So wie ich das mit irgendwas gesehen hätte. Und dann spare ich mir dort die Erkundung. Wo es auf jeden Fall unten hingeht, ist das hier. Das werden wir dann noch sehen. Apropos Erkundung, habe ich schon mal hier mit angeschaltet. Hier oben, damit wir nichts vergessen. Zing! Das will ich haben. Das brauche ich den Axtwerfer nicht. Was brauche ich denn hier oben überhaupt noch gar nichts mehr. Das ist schon mal sehr schön. Haben wir alles da oben gekriegt. Ah, mein Ohr. Ja, weiter. Mit das. Zehn! Will ich auch haben. Müssen wir da schon hin? Hm? Eigentlich noch nicht. Nö. Nö, dann machen wir das auch nicht. Dann gucken wir erstmal hier unten zum Goshexhof. Ja, da ist der Kurier gespawnt für die Allianz. Die, die den braucht, ne? Hier, seht ihr. Der läuft jetzt bald. Ram, tam, tam, dadam, dam, 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 und wir reiten jetzt weiter hier hoch. Und. Aha. Ganz normaler Buzzard. Gut. Was ist das? Kenata, Hochlandraptoren. Die Hochlandraptoren sind hier. Ist die Kenata schon so weit vorn? Tatsache, da ist es der Bauernhof. Eisen, Eisen. Also an Eisen kannst du dich ja tot schmeißen. Das ist aber ganz normal. Und hier haben wir die Raptoren. Wir können hier die Heilung einsetzen. Und da haben wir schon das erste. Ach Quatsch. Hier haben wir. Oh, wie sieht denn meine Tasche aus? Was ist denn hier alles schon wieder getroppt? Hochlandraptoren. Das dahin, das dahin. Lass uns mal gucken, ob wir da noch ein bisschen kochen skillen können. Ansonsten verkaufe ich den Kram auch. Ja, Lampe. Die droppen auch noch Fleisch. Schmeißen wir zu hier. Wir wollen hier weitermachen. Und. Wenn du nicht so oft vorbeimischung würdest. Könnte man auch mal so pullen. Guck mal, hier haben wir ein Freundchen. So, wir nehmen gleich mal drei. Jetzt fehlt göttlicher Sturm. Ab zum nächsten. Und ab zum nächsten. Und dann haben wir jetzt noch ein bisschen Mana wieder gekriegt. Instant haben wir auch zur Heilung. Siehste, passt. Noch kein Raptor-Flesh? Nein, noch kein Raptor-Flesh. Ram, dam, dam. Na, die stehen zu weit auseinander. Zack. Da können wir noch zwei nehmen. Ach, da nimmt sich die Weile doch gar nicht. Ach komm, Lichtchen. Dann gehen wir das so rum. Ja, den. Und ja, warum ich so ein bisschen rückwärts laufe, ist, die rennen also gerne durch mich durch und klopfen mich von hinten. Und dann bin ich gleich gestunnt, mag ich einfach nicht. Bopp. Und da haben wir schon wieder am meisten. Elixierte Entdeckung geringer Unsichtbarkeit. Na, da werde ich einen Alchemisten überraschen. Und grünstigst ins Auktionshaus sitzen. Warte, soll ich damit? Was krieg ich denn dafür? Fünf Silber wären, ist... Na ja. Na gut, ein bisschen müssen wir noch fahren, ne? Darf ich nicht vergessen. Epic Riten. Ach, Quatsch. Das brauchen wir ja auch noch. Das Epic für 4000. Dann brauchen wir Kaltwetterflug für 1000. Oh, wenn ich da dran denke. Verdammte Axt. Da hab ich ja was gesagt. Kaltwetterflug. Den krieg ich schon hier erst mit. Oh, da muss ich gar nicht dran denken. Muss ich vorher noch einen auf 80 spielen und mir den hier schicken, oder? Nein, ich hab ja gesagt, sowas mach ich nicht. Aber da wäre es schon verleitend. Ernsthaft. So, dat haben wir. Jetzt zungen wir uns die Köpfe. Und... Ja, hast du nicht eine Quest? Ja. Gibt's erst auf... Waddle Grey. Vorher musste die getroppt werden durch so eine Heizkette. Wenn die nicht droppt, nimmst du einfach hier oben ein. Und zwar ist das die hier oben in der Höhle. Die zwölf Körner looten von den Dunichten in dem Kerze da drin. Und innen drinnen bei dem großen Splitter abgeben. Nicht wegborden. Sonst darfst du nochmal durch die ganze Höhle durch. Jippie. Bombs. Und Bombs. Richturteil und der fährt da oben. Und Bombs. Dich hab ich nicht gerichtet. Dann stell mal dich mal hin. Dann fällst du so um. Jawohl, da ist das Kopf Nummer 1. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ah, der wird auch nicht immer besser, ne? Ich wei, wie oft ich ihn sage. Pack mal den Kopf zur Seite. Den kannst du auch hier runterpacken. Ja, es ist auch der Raptor-Fleisch. Dann kann ich ja nebenbei gucken. Haben wir das Rezept schon? Na, das will ich nicht. Das will ich. Jawohl. Da können wir doch schön damit skillen. Stehst du unten drauf? Ah ja, ist egal. Kinada. Komm her, ja. Jetzt gibt's Feuerfeldes. Was? Hat die mich entwappnet? Wow. Kopf her. Was hat die denn vorher hier unten drinnen liegen? Hm? Ach ja, die Feuerflössenschnapper. Da hab ich ja mal wieder ein paar verkauft. Kommst du jetzt her? So, den da hin. Den da hin. Halt, du darfst da weiter drauf rumklopfen. Und jetzt nochmal richten. Wenn ich ein bisschen Mana wiederkriege. Das klang nach einem... Ja, nach einer schweren Rüstung. Aber nix für mich. Ist egal. Haben wir das auch. Dann brauchen wir jetzt die Blutstein-Amulette. Da war doch irgendwas noch. Ach nee, das ist... Ja, nee, hab ich wieder verwechselt. Tut mir leid. Das ist jetzt meine Schuld. Äh, könnt ihr auch im Moment nicht nachvollziehen. Wartet doch mal ab, Mann. Ich will's doch erklären. Hier droppen die wunderbar. Und auf dem Classic, so war es der ewig gebraucht. Da kannst du rechnen, in jeder Zehnte. Und wenn da noch ein zweiter, dritter ist, zum Questen, wo oben, da heißt immer richtig Spaß im Glas. Da kannst du schon mal eine Stunde zubringen. Oh, schöne Musik. Oh, ich... Stormwind. Wo weißt du das? Als Hodler. Hahaha. Ich rate mal. Auch ein Hodler kommt nach Stormwind. Mhm. Ja, hier wird's decken sich ja recht. Außerdem habe ich auch ab und zu mal Allianz gespielt. Schon allein, um den Paladin auf Classic zu testen. Ich wollte einfach nur wissen, ob der so im Bar ist. Hab ich schon mal erzählt, ne? Ach, alles alte Hüte. Mann. Ich hab dir genau gerochen. Da. Gehört hab ich noch. Pum, pump. Werde mit. Jawohl. Da ist schon das erste getroppt. Und da ist... ... ein Möffel. Gib mal her, der Dings. Ding ins Bum ins Kirchens. Und... Ach, das war nur ein Flugräter. Ihr droppt das auch alles? Na, da brauch ich die doch außen nicht zu suchen. Weil ich seh' ich doch wesentlich besser. Oh. Na, komm. Da lohnt sich der Endsten nicht. Ja, hab ich wieder nicht gesehen, dass es ein Bogenschütze ist. Manu. Ja, du kannst gleich mitkommen. Angenehm, drasisch. Haben wir uns mal vorgestellt. So und so. Und... Kann ich hier nicht ein paar... Ja, cool. Komm ich hier durch, ja? Weil... Hier komm ich durch... Du rinnst schon mal nicht weg. Dann kann ich gleich auf dem... Auf dem nächsten, würde ich switchen. Oh, rinnt weg. Dann bringt er auf jeden Fall was mit. Dann kann ich schon mal... Aber weihestellung. Gut, du rinnst nicht weg. Richtig so in die Weih... Jawohl. Gela. Und hier siehste. What? What? Was droppt denn hier alles schon wieder? 227,8. Brauche ich nicht. Vier Stärke, neun Ausdauer. Ich... Verliere vier Beweglichkeit. Verliere eine Stärke für drei Ausdauer. Verhieß es? Och, ey. Manchmal wünschte ich mir, ich werde Disser. Was ist denn Disser? Der Zauberer. Der dann das Zeug sozusagen entzaubert für bessere Materialien. Äh, boah, Nummer 7. Machen wir hier wieder zu, Mensch. Sieht ja sowieso schon nisch. Was? Naja, hier nehme ich den Instant nicht mehr. Nur mach den. Also wenn ich vom Instant rede, war ich Instant Exorzismus oder Instant Eilung. Das kostet mir im Moment einfach nur zu viel Mono. Aber wenn ich's hab. Ach, komm. Hast recht, ich hab's doch. Wozu will ich nur... Ich wollte den einen haben. Der jetzt wegläuft. Die andere, die jetzt wegläuft. Genau. So, dat haben wir auch. Och, Zinn. Wie komm ich auch? Ja, und ich. Ah, doch. So, gut. Zinn will ich haben für ein Moosachat, wenn ich's... Sondiere. Disser. Sondiere, genau. So, auch mal. Jetzt, gut. Möfrill, lass mal da. Ähm, soweit sind wir schon hier. Hammerfall, Port. Können wir uns den Rest erstmal sparen. Wir kriegen dann sowieso noch Folgequests. Außerdem wollen wir da oben noch in die Höhle rein. Und ich muss auch Taschenlärm machen. Dat wird sonst... Schwierig. Gegrillter Raptor. Jawohl. Aber, aber, aber... Ich stand doch irgendwo in offen rum. Da. Hier siehst du, Tischkorb. Gemischtraum. Ne, ich muss auch mal wieder zum allgemeinen Rap-Heinz. Hier. Gut, könnte man übrigens auch verhütten und schmieden. Ja, ist ja ein robuster Stein. Schon hat es der Fall... Ach nee, das war das mit dem robusten Stein. Der kommt da hin. Die kommen da hin. Gegrillter Raptor will ich jetzt nicht. Dann wird das alles verkauft. Wollen wir auch nicht. Was will ich denn damit? Heißt aber Mitstreiter-Kleber, ne? Damit ein anderer mit um die... Mit da drum streiten kann. Was war das? Ne. Was hier aber auch kommt, schnell weg damit. Mensch. Sonst verschicke ich es nur wieder. Da habe ich nichts davon. Schwachgab, schwachgab. Aber die anderen. Ja, na klar. Machen wir doch gerne. Machen wir doch gerne. Ach man, brauche ich das? Komm. Hauen wir auch fort Frostdrehenes. Frostdrehenes Mähne. Muss ich abgeben. Kudo haut. Da steht, wie ich den kriege. Das Zülks. Ja, mittlerweile müssten wir uns auch irgendwann mal entsorgen. Ne, der war's. Hier hascht. Auch wenn es gut aussieht. Da hascht. Bäm, 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 bäm. Silbermode, ehrfürchtig. Wir haben... Nein. K? Jawohl, für Fertigkeiten. Nein, Ruf. Uh, wäre es gewesen. Ehrfürchtig, Donnerfels. Ehrfürchtig, Dunkelbesperrtrolle. Ne, haben wir noch nicht. Haben wir respektvoll. Die brauchen wir noch. Dann haben wir Botschafter. Jawohl. Silbermode, könnten wir uns sowieso die Viecher schon kaufen. Da brauchen wir nicht ehrfürchtig zu sein. Aber jetzt sind wir es wenigstens. Dunkelsperrtrolle. Oh, ist das cool. Fehlt noch 14.000. Oh, die kriegen wir doch hier auch noch. Habe ich hier nicht welche gekriegt? Ne, sind die Gaut, sind die Gaut, sind die Gaut. Na ja, ne, noch nicht. Macht auch nichts. Zehn Schläger, der Felsbrustel für Magie, der Felsbrustel. Na klar, mach mal. Wer sonst noch was hier? Nein. Ach, der steht da draußen. Da können wir gleich wieder aufsetzen. Wir wollen ja auch noch in die Höhle. Ach so, hier kriegst du erstmal das. Dunkelsperrtrolle. Jawohl. Und. Ne, hier gab es nichts. Aber das gibt es sowieso noch. Immer Ruf. Ich müsste unten einschalten, da sieht man es. Was ihr wolle. Da bin ich zu fahre. Blutsteinkugel und bringt sie zu in Koffel. Aber, aber, aber. Blutsteinkugel ist hier. Da müssen wir noch mehr Quests dafür kriegen. Wir machen erstmal hier weiter. Sprechen vor. Jawohl. Wir reiten nochmal zu dem. Der Winnie da hinten aufmuntern sozusagen. Man gibt ihm immer irgendwelche Power-Ups. Zwölf Raptorherzen. Jawohl. Mach mal auch. Erstmal rennen wir jetzt hier in die Höhle. Du, 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 du. Hier draußen ist auch noch was. Ach, Zinn. Mit Frill. Das Problem. Du hast hier draußen was. Und du hast drin. Du hast extrem viele. Herze. Wenn es noch so ist. Aber warum sollte es nicht so sein? Wir holen uns jetzt erstmal das Möfrö. Dann suchen wir mal den Höheneingang. Der dürfte rechts von mir sein. Jetzt hinter mir. Da wo die anderen kleinen Viech das waren. Wie machen wir das jetzt hier? Das da hin. Das da hin. Das wollten wir noch verbauen. Das da hin. Habt ihr. Jawohl. Das wollte ich verkuchen. Hier geht es hoch. Hier geht es in die Höhle rein. Dann nehmen wir mal wieder hier. Rechturteil der Gerechtigkeit. Zack. Ja, es ist hier gar nicht so einfach zu sehen. Da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Wollen wir jetzt hier auch mal klatschen? Mann. Hier siehst du schön. Und. Was sind denn die anderen Dinger? Das sieht man doch nicht. Siltsam, siltsam. So. Ich habe gesagt, nicht mehr dran. Verdammter Axt. Ja, habe ich aber auch zu spät gesagt. So. Das noch. Und das noch. Und das auch noch. Und dann kann ich mir den mal geben. Und den. Und den. Und jetzt siehst du, wie viel hier drin wirklich ist. Und da ist auch geringes Blutstein dabei. Normalerweise auch in extremsten Mengen. Jetzt wollen wir mal gucken. Ist only Allianz Quest. Donnernder Glücksbringer. Der ist aber falsch. Meine Freunde. Der droppt hier definitiv nicht. Aber das macht nichts. Krieger würde sich jetzt wollen. Die werde ich auch günstig ins Auktionshaus setzen. Normalerweise brauchst du die nur für die Verbandein und schäumenden Verbanden. Von denen kriegst du die normalerweise, glaube ich, auch. Die schäumenden sind hier oben. Werden wir alles noch erkunden. Ja, wenn ich hier alle mitnehmen will. Aber ich will. Ich will wirklich. Oh, hier ist schon mal wieder kein Regen mehr. Das ist schon ein von Vorträum. Was wollte ich denn sagen? Schwarzes Vio. Schwarzes Vitri. Wohl bringe ich auf die Bank. Ja, ich wollte kurz noch treffen. Müsste auch. Was macht eine kleine? 430 Gritte schon. Ach mein. Hopp. Siehste, so kommt er nicht durch. Korn von Müsra. Ehe haben wir schon acht Stück. Packe ich einmal zur Seite nicht, dass ich es pur verkaufe. Hier haben wir noch ein Feldmesser. Der misst das Feld. Hallo. Ist noch ein Vorkommens? Genau, hallo. Also so viel im Befrönen habe ich hier drin auch noch nicht gesehen. Normalerweise ist hier ein Drittel ungefähr. Ja. Ungefähr. Ja, vielleicht fällt es mir wieder ein. geringer Blutstein. Und der Rest teilt sich dann in die anderen auf. Auch sehr viel Gold. Ja gut, jetzt sieht man hier auch sehr viel Gold. Aber das Blutstein ist hier sehr wenig im Moment. Sumpfwandlerstiefel. Die hat man doch auch schon. Beweglichkeit. Ja gut, dann einmal für einen Jäger und einmal für einen Schurken. Da brauchen die sich nicht streiten. Nichts. So, wir sind da hier rein. Dann brauchen wir wohl. So, hier haben wir noch gar kein Blutstein. Erzeugen nicht. Gibt's doch nur hier. Das geht immer noch aus. Da ist das eine, da sind die Nächsten, jawoll. Ah, bis dahin mal wieder Rüspung. Das ist schlecht. Brauche ich die selber? Nein. Soll ich sie für die Allianz sammeln? Erst auf dem Rückweg. Sonst haben wir hier überall wieder Rüspung. Jo, hast recht, das ist ein Plan. Hier kommen nämlich noch ein paar Mobs. Haben wir schon wieder, jawoll, haben wir auch gekriegt. Magie, wollte ich sagen, hier, Dingens, Blumens, Blups. Ach, hier oben können wir doch schon mal einer. Kann ich dann für euch auch günstig ins Organsionshaus stellen? Ich brauche es ja selber nicht. Falls ihr nicht wisst, was das für eine Quest ist, Schlingendorntal. Im Norden der Allianz-Posten. Also hier, 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 hier hoch und dann hier oben drin. Den hast du hier in dem Übergang. Das ist jetzt richtig. Die Wege hoch, das ist Jagd im Schlingendorntal. Also hier neben dem Fluss geht es noch rüber. In, genau, Dämmerwald. Und da ist die hier oben den Posten noch von euch. Mhm. Und da sollst du den Top reparieren. Krieg ich ihn durch, ja. Ah, schade. Rum, dum, 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 dum. Komm, stellen wir dich mal hin. So. Können wir noch zwei Einstreitkölbensklingen. Wum, da, 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 da. Wum, siehst du? Da wird mal ganz schnell dunkel. Okay. Klack und klack und. Oh, was hier im Herzen rum steht, das geht gar nicht. Mal, wenn wir den Insta nicht verkommen lassen. Na, mal gleich den nächsten. Das ist Gold. Das ist Mephril. Was ist das? Silber. Halleluja. Das ist ja wirklich alle paar Meter. Salzstreuer ist ein Scheißdreck dagegen, oder? Was ist denn mit dir? Ist da vorher schon ein Schiss? Aber gar nicht da. Was ist hier hinten? Echtsilber. Hm? Es fehlt ja noch. Also wirklich. Alles, was in der Gegend irgendwie sein kann, vertreten. Von Silber bis Echtsilber. Fehlt nur noch Turium. Ja. Zinnert mal ja auch schon. Aber draußen. Gebt mal hier hin. Gebt mal hier hin. Gebt mal hier hin. Ich bin gleich voll. Da muss ich ja dann nach dieser Aufnahme wirklich zur Hauptstadt erstmal verhalten. Ich zeige es, Verkaufen. Ich kann richtig hin. Normalerweise freut man sich. Was so ist. Ich bin mittlerweile nicht mehr. Skorpionsstachel. Könnte ich auch gleich wieder verschicken. Mann! Ist das geil, müsste ich sagen. Wo muss der Stein auch schon wieder ein Stack voll. Ja. So soll es immer sein, ne? Ach komm. So. Gut. Hätte jetzt glaube ich auch mit Reinigung des Glaubens funktioniert. Ah ja. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Und bumm. Ja, ja. So. Dann geben wir hier mal wieder ab. Wo den brennenden Schlüssel, den schäumenden Schlüssel und den donnernden Schlüssel vom Stein der westlichen, östlichen und äußeren Bindung. Und die muss ich glaube draußen dann auch abgeben. Schafft man das noch? Nein! Nein! Ja komm. Kannst du auch mal mitnehmen. Kann ich mir ins Auktionshaus stehen. Du willst nur Gold machen! Ja, natürlich. Warum denn nicht? Wenn sie sich so einbietet. Löffrölle weiß ich noch nicht. Brauche ich bestimmt noch ein bisschen zu rösen. Jawohl. Werde ich noch nicht verkaufen. Gold, Eisen. Nö. Ah, da war das Blutstein. Nehmen wir schon noch mit. Haben wir drüber gewischt. Ausgelöst hat dann leider nicht mehr. Na, klopfen. Jawohl. Danke. Doch eine Kiste. Ja, dann kommen wir so schnell hier nicht raus. Dann brauche ich auch das mehr voll, was da hinter steht. Und noch ein Stack voll. Jawohl. Dann das noch. Und. Jawohl. Das ist der Köl. Mustachschwärzliche Stiefel. Das noch? Boah. Da freut sich das Auktionshaus. Nein, das Eisen lässt du stehen. Was soll ich damit? Ja, ich habe in einer der letzten Folgen auch gesagt, dass ich das mitnehme, heute verkaufe. Jetzt nicht mehr. Ist mir zu aufwendig jetzt. Nein, ich bin noch nicht zu satt dafür. Aber das frisst einfach zu viel Zeit. Wenn ich Kohle brauche, weiß ich ja, wo ich das Eisen finde, zu verkaufen. Und ich glaube schon, wenn das so weiter geht, wird das locker reichen. Wird ja noch ein bisschen was zusammenkommen. So, kann ich hier aufsitzen? Jawohl. Dann kann ich hier runterhüpfen. Und zum Posten. Schaffe ich es, bevor hier einer anfängt mit casten. Töt sich gut auf. Ist viel los. Biegen wir ab. Jawohl. Was ist das? Eisen kannst du behalten. Ja, dann kommst du mit, Mops. Vorher reiht man mal hier runter und hier rein. Und warte mal. Können wir hier nicht? Jawohl. Dann wird das erst gar nicht verkocht. Hier müsste es aber auch noch ein Versorgungsoffizier geben. Jawohl. Bei dem man das zurück skufen kann. Was ist denn das? Ach, da rechnet es nur drauf. So, aus. Kreis der östlichen Bindung. Schäumen der Verbander. Und hier gibt es die Schäumen der Dinger. Äh, ja. Dann machen wir das so. Ja, hier kannst du Leben richten. Bumm. Und jetzt fällt der vorher um. Jawohl. Ach, Mann. Was soll ich denn mit dem Ganzen? Zeugs. 19 Stärke. 5 Ausdauer verliere ich. 5 Beweglichkeit und 3 Ausdauer. Eieiei. Verzaubertes Wasser. Ist das schon wieder besser als das andere? 1300. 800. Jawohl. Wird ausgewechselt. Dann muss ich hier noch ein paar mehr Mops klopfen. Für Wasser. Ja, ja. Kannst du. Elementar Wasser. Schöner Glücksbringer. Was sind noch alles? Ich habe noch von 6 Wasser. Hierfür haben wir 17 Wasser mittlerweile. Dann können wir die auch rauspacken. Damit sparen wir hier unten auch Platz. Gibt mal den her. Den Schlüssel. Der kommt in die Schlüsseltasche automatisch rein. Och. Wie ruhe mich denn jetzt hier am dümmsten und gar nicht. Lass einfach. Halt. Das. Und das. Und dann machen wir mal. Was wir sonst nicht machen. Hier der andere gesettet. So. Ach Quatsch. Ja. Jetzt so rum. Und pumpe. Und dann haben wir uns mal ein bisschen geleben wieder. Instant Heilung. und Silus Quinten. Ich wollte Wasser haben. Einen nehmen wir noch mit. Als hätte ich das gekämpft. Aber immerhin haben wir ein neues Stück. Braucht man ja so selten eigentlich. Ach komm. Das reicht. Jetzt kommt kein Wasser mehr. Dann machen wir weiter mit den Schlüsseln. Genau. Der ist hier unten. Was ist das? Eisen. Kannst behalten. Ich habe keinen Platz in die Taschen. Und. Ihr müsst euch auch merken wo der Furzruck rumsteht. Der hat Furz gesagt. Nein. Furzruck. Das ist ein Mob. So ein großer Stein. Mob. Wenn ihr den unterwegs seht. Merken. Das ist dann irgendwann mal die Folgequiz. So. Was gibt es hier? Eisen will ich nicht. Hier gibt es kein Wasser. Sprinten wir mal in die Mitte. Wo in die Mitte? zu. Ist mal so klar. Na ja. Hier kommt nicht hier. Mein. So. Wir haben den ersten. Was auch da noch der Glücksbringer. Kann man natürlich so machen. Muss man nicht. Kann man machen. Dafür benutze ich ihn nicht. Aber dafür. Auch Donnerunterklicks. Ja. Hier. Donnerunterverwander. Wer soll die eigentlich droppen? Ja. Egal. Das andere waren ja auch die Schäumenden. Genau. Das ist richtig. Wie viele Truppen sind. 5,5. Ist ja. Krass. Braucht da Krieger. Die Kriegerquist. Der freut sich. Wenn er nicht sinnlos die Mops klopfen muss. Und wenn es nicht allzu teuer ist. Immer Auktionshaus. Für die Elitequist. Also die mit den Dingern. Hier ist noch nicht Elite. Aber die Folge Quist. Für seine schöne Zwo-Hand-Waffe. Rümmtumtumtumtumtumtumtumtum. Jetzt machen wir hier oben hin. Brennender Schlüssel. Hier muss man hin, hier muss man hin, auch wieder in die Mitte. Auch wieder Karstner, zack, jawoll, der hat es schon gekrettet. Der ging daneben, elementar Feuer, brennender Glücksbringer, können wir uns hier mal mit den elementaren Sachen beschäftigen. Was hier alles droppt, so wir haben alle drei und müssen jetzt hier runter den Weg kennen mal, ach Quatsch, sind wir erst einmal gelaufen, dann machen wir wieder hier läuft wieder die PAD lang, aber diesmal nicht unserer, sondern der Leutnant, falls sich da mal jemand fragt wo der ist. Von der Ali Base läuft der irgendwie wieder hier rein und dann wieder zurück und ja, machen wir später auch noch und nee, hier müssen wir den nur abgeben, dann machen wir trotzdem den hier noch hinweg, den hier hinten nehmen wir auch noch mit, komm her, aber auch nicht. Ach nee, das war der falsche, das falsch spricht, mach die Weile, mach die Weile. Bup, oder auch gar nicht, dann mach ich es selber. Hier hast du, danke. Findet und tötet vor zurück, jawohl. Den Hauptstein zerbrechen. Route der Ordnung. Da soll er sein? Da soll er sein? Weiß ich nicht. Wir machen mal einen Quantensprung, bis ich ihn finde. Ja gut, das konnte jetzt keiner wirklich wissen. Der ist hier unten bis da runter gelaufen. Auch für mich mal neu. Schönes Ding. Und jetzt geht es hier richtig ab. Ibi. Und kriegen wir noch. Jawohl, eine Krümer noch durch eine Weihe. Aber wir müssten eigentlich die kleinen, du nicht nehmen die Kerze hier gleich mal umfallen. Jawohl. Und damit fährt er auch um. Jawohl, doch mal das auch. Weil, ach hier ist noch einer. Da ist ja noch ein Caruster. Und, ach komm, dann hören wir uns noch mal hoch. Wie siehst du. Und das auch. Und das noch. Und das noch. Und das noch. Und jetzt läuft es dir genau. Jo, und wir machen wieder einen Quantensprung, um hier unten abzugeben. Bis gleich. Gleich. So, hier wieder im Kreis der inneren Bindung. Wir geben hier mal ab. Dann müsste gleich die nächste Quest kommen. Genau. Sprecht mit Zaro Kammerfall im Arati Hochland. Mach mal. Mach mal gleich. Erstmal klopfen wir den hier um. Und den da auch noch mit dazu. Da lohnt sich gleich die nächste bei. Jawohl, die steht noch. Bevor er mich umklopft. Dann machen wir das so. Und so. Und dann können wir hier nochmal looten. Oh, fast voll. Dort lohnt sich. Tiefensteinsalz können wir auch verkaufen. Für die Schneiderer mit dem Salzstreuer. Und wir machen Quantensprung da hoch. Bis gleich. So, hier reiten wir mal wieder rein. Hammerfall. Jawohl. Wir sollen hier die Quest abgeben. Ach, hier steht er. Zaro. Bitteschön. Findet Teidruin den Verirrten. Und der ist im Ödland. Jawohl. Ja, damit haben wir es hier. Wir gehen nochmal schnell verkaufen. Reparieren. Blut und Donner. Genau. Blut und Donner. Da ist recht. Ja, die verkaufen wir auch gleich mit. Das Blubberwasser gleich mit. Dann haben wir hier auch mal wieder ein bisschen Platz. Ach, Quatsch. Wir machen gleich noch einen Quantensprung nach Unterstadt. Da muss ich sowieso hin. Die Quest abgeben. So, jetzt wieder in Unterstadt. Ich habe mal das Inventar ein bisschen umgeräumt. Damit ich dann weiß, wo was hinkommt muss. 16 Silber 34 Silber. Das nehmen wir. Das wird verkauft. Seniges Geierfleisch habe ich noch kein Rezept gefunden. Wird auch verkauft. Alles ist erstmal drin. Muss ich mal gucken, wenn ich noch ein Rezept finde. Dann behalte ich es, wenn ich verkaufe ich es. Dann können wir das hier verkaufen. Ja, ja, Lewandler. Halt die Klappe. Und, ja. Hier haben wir alles soweit. Ich mache dann meine Bankgeschäfte und verhütte und packe auf die Bank oder Aktionshaus. Und so weiter. Kennt ihr schon. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder im Aradi Hochland. Wieder in Hammerfall. Und starten dann durch. Hier runter. Oder wir sehen uns gleich hier unten. Die Strecken kennen wir ja. Treffen wir uns da an der Kreuzung. Haha. Das klingt lustig. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen und fürs Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder zu Word of Warcraft von Blizzard Entertainment. Petschland. Wörtelige hier auf dem Privatsor. Rising Gods. Bis dahin. Auf Wiedersehen und Shizikovsky. 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 Shizikovsky.